Ah, guck mal, Mr. Eintracht hier. Heute sollte eigentlich der Rückblick so auf die Hinrunde kommen, so meine Meinung dazu, wie die verlaufen ist, ob ich zufrieden bin oder nicht. Das verschieben wir jetzt auf nach, dass wir wieder heute gab es eine dicke, dicke News, die verkündet wurde und auch offiziell gemacht wurde. Man hat es in den letzten Tagen schon gehört, man hat es auch geahnt, dass es so kommen wird. Und jetzt wurde es offiziell gemacht. Und jetzt, Raphael Boree wird uns spätestens im Sommer verlassen. Fest steht, er wird kein Spiel mehr für die Eintracht machen. Aber es ist nur die Frage, okay, wechselt er vielleicht doch noch jetzt? Aber Werder Bremen hat gesagt, nö, definitiv nicht. Die sehen das nicht, warum er da noch gehen soll. Die wollen ihn auf jeden Fall haben. Und ich glaube, die ihn jetzt haben wollen, müssen ihm eine Strafe bezahlen, wir, oder das muss dann... Wir werden ihm nicht einfach so vergeben, sondern dann wird SC International Porto Alegre die natürlich übernehmen, die Strafe. Aber ich gehe davon aus, dass Boree wirklich, weil er so professionell ist, auch wahrscheinlich seinen Vertrag durchziehen wird. Allerdings ein halbes Jahr länger ohne Familie etc. vielleicht auch, ist er mit einer, könnte ich mir vorstellen, auch der Gründe gewesen. Denn Raphael Boree ist ja nicht so einer, der, sage ich jetzt mal, unmittelbar Familie jetzt in der Nähe hat. Von daher könnte ich mir jetzt wirklich vorstellen, dass er vielleicht dann doch früher wechseln möchte, wenn die Möglichkeit gibt. Aber ich denke, wenn es nicht wird, dann nicht irgendwie streiken oder was auch. Immer. Denn, da muss ich sagen, er hat sich in den letzten Monaten ja immer trotzdem professionell gehalten, auch wenn er nicht gespielt hat. Er war ja in der Kolomönie eigentlich keine Chance gehabt, muss man so sagen. Und wenn er mal die Chance bekommen hat, hat er nicht immer performt, muss man leider auch sagen. Leider konnte er ahnen, dass er so einschlägt. Und ich habe auch gedacht, okay, mach mal eine Doppelspitze, Kolomönie, vielleicht mal über einen längeren Zeitraum mit Boree. Aber wie erwähnt, leider Gottes muss man sagen, dass er nach der Europa League Saison wirklich nicht mehr so performen konnte. Und das ist eigentlich in gewisser Weise, finde ich auch, schade. Weil man erhofft das natürlich durch und durch, aber er hat ja seine Minuten gespielt. Manchmal über längeren Zeitraum, manchmal nur so Kurzeinsätze mit 10 Minuten, 15 Minuten. Aber wenn du mal öfters mal so 20 Minuten, 30 oder 40 Minuten bekommst und dann trotzdem nicht performen kannst, ist das schon sehr, sehr, sehr schade. Leider Gottes. Man muss ja wirklich erwähnen, dass er gerade zum Ende der Saison 2023 viel gespielt hat und leider Gottes nichts gebacken, also jetzt geht es nicht gebacken, warum man aber keine Torbeteiligung gehabt hat und auch so keine Akzente setzen konnte. Deswegen wir halt so ihn leider abgeben mussten, was mir auch sehr, sehr leidtut. Viele sagen, wie kann man ihn abgeben und so weiter. Wir hatten uns ja das Finale, also nicht das Finale gebracht, den Sieg geschafft, den Europacup-Sieg. Ja, aber das ist der Punkt. Du kannst doch nicht aufgrund einer Emotionalität das Ding behalten. Das ist auch ein Grund. Viele hätten gerne Alex Mayer noch weiter behalten. Nein. Irgendwann muss man sagen, es passt einfach nicht. Wieso soll man kampfhaft am Bourree festhalten? Er wird immer die Legende bleiben, er wird immer Adler bleiben. Wieso soll man an Bourree festhalten? Nur weil er uns da zum Europa-League-Sieg geschossen hat, aber dann vielleicht keine Möglichkeit, anderen Spielen zu geben, die vielleicht sogar ein bisschen besser sind, die vielleicht besser ins System passen. Vielleicht passt einfach Bourree und Top-Metal für so ein System ja nicht. Oder er war einfach mal auf dem Hoch in dem einen Jahr. Das kann ja auch sein. Es gibt Spieler, die spielen teilweise über eigentlich ihre Möglichkeiten hinaus. Und das ist der Punkt. Wir dürfen halt nicht nur aufgrund Emotionalitäten, deswegen sind wir alle hier nur Fans und nicht irgendwie oben in der Verantwortung, weil da würden einige wahrscheinlich jetzt noch Mayer immer noch einen Vertrag haben. Also die würden noch Mayer mit 50 Jahren einen Vertrag geben und in den Sturm stellen wollen. Das ist der Punkt nämlich. Und das, nein. Man muss auch leistungsgerecht denken an den Verein und Entwicklung muss da sein. Jeder verlangt immer Entwicklung von den Leuten. Obwohl wir sehen keine Entwicklung. Aber dann wird man Bourree behalten, obwohl er keine Entwicklung gemacht hat. Und das ist halt der Punkt. Ich meine, ich würde ihn auch am liebsten behalten. Mir wäre es auch viel lieber, wenn er jetzt noch pro Saison seine 12 Tore schießen würde und wir weiterhin mit ihm seinen Spaß haben. Ist aber nicht der Fall gewesen. Es ist leider Gott ist nicht der Fall gewesen. Klar, die Bude in Barcelona werden wir nie vergessen. Das Tor werden wir nie vergessen im Finale. Auch den natürlichen Elfmeterschuss, der letzte, den werden wir auch niemals vergessen. Natürlich nicht. Aber wie gesagt, man muss differenzieren zwischen Emotionalität als Fan und halt die Verantwortung zu haben. Und da wurde leider Gottes wirklich richtig entschieden. Viele sagen, ja, Bourree hat da keine Chancen bekommen. Niemals. Dann guckt euch doch mal einfach an. Der hat, und das kann ich mal gucken, zwischen dem 25. Spieltag und den 31. Spieltag immer mindestens eine halbe Stunde gespielt. Teilweise 50 Minuten, 67, 71, 90 Minuten und hat er halt nicht so gebacken bekommen. Hinten raus, war er nicht im Kader. Für die letzten Spiele war er dreimal nicht im Kader, weil man viel zirkuliert hat, etc. Muss man auch sagen. In der Saison 23 noch hinten raus. Dennoch muss man auch sagen, du musst auch sagen, wenn du hier nichts gesehen hast, dann ist es halt die, leider Gottes auch die richtige Entscheidung. Klar, er war im Schatten von Kolodan, muss man auch mal sagen. Ich meine, guck mal Paciencia an, der war die ganze Zeit im Schatten von der Büffelherde, von Rebicjovic. Aber der Unterschied war, wenn der Paciencia eingewechselt hat, hat der nochmal die ganze Tore geschossen. Das heißt, du hast Boree in dem Hintergrund und wenn der auch noch so getroffen hätte, wie damals Paciencia, wenn du die Büffelherde mal einen rausgenommen hast und der kommt rein und das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja? Und so ein und Boree wurde oft eingewechselt oder wie gesagt, wir gehen an und wenn du dann nicht die Chancen nutzt, die mehrfachen Chancen, dann leider Gottes ist es halt so, Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Das ist hier bewiesen und im Endeffekt will er auch vielleicht in die Heimat wieder zurück, zumindest da in die Richtung, dass er näher an der Familie ist, weil immer nach Südamerika zu fliegen ist schon ein Stück, das sind ja mal zehn, elf Stunden. Wenn er dann von Brasilien nach Kolumbien muss, dann ist das ein kürzerer Weg, was wesentlich angenehmer ist und selbst wenn er da dann weniger verdient. Sag mal so, Familie und Zeit mit der ist mit Geld eh nicht auszuwiegen und man verdient eh genügend, sag ich jetzt mal, um davon zu leben. Ich meine es, klar, manche greifen immer nach mehr, mehr, mehr Geld. Keine Frage, muss man gar nicht darüber reden, aber ob du dann, keine Ahnung, drei Millionen verdienst oder dann 1,8, ich glaube, man kommt mit 1,8 Millionen drüben in Südamerika auch sehr, sehr gut. klar, ich finde natürlich Borei alles, alles gut, ich werde natürlich auch weiterhin verfolgen, wie ich eigentlich so ziemlich jeden Abgang immer gerne verfolge, so ein Ex-Frankfurter und selbst wenn es nur irgendwie vor was weiß ich die für Jahren war, Diagite habe ich damals verfolgt und so weiter, Kindzombie, Tavata, der uns übrigens ins Finale geschossen hat 2017, zumindest das 1-0 geschossen hat in Gladbach, im Halbfinale, das Ding, das ist übrigens der Tavata, der konnte das jetzt mit dem Rücken da und der hat noch nicht geschossen, ich glaube, er war da schon ausgewechselt, aber ich glaube, er hätte auch niemals in dem Leben geschossen, sondern als letztes, er hätte sogar, glaube ich, nach dem Torwart geschossen, weil das war nichts für ihn, oh Mann ey, aber wie gesagt, das ist einfach schade, was halt so schnell ging, von Europa-League-Sieg und da gut bei geformt, mit Barcelona, dem Traumtor und das Tore-Finale und dem Elfmeterschuss, den entscheidenden Elfmeter und dann kommt da so ein Leistungsabfall, was irgendwie sehr, 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 ach, schade ist, ich finde es traurig, dass er geht, aber trotzdem ist das von der Entscheidung her, von der Führung, leider Gottes, würde man sagen, die richtige Entscheidung, aber eure Meinung würde mich ja gern mal zu dieser Thematik interessieren, finde ich das richtig oder so, weil, oder haben wir den schlecht behandelt, weil viele sagen, ja, einfach den Hof gejagt, ist ja nicht so, wir haben ihn ja nie schlecht behandelt, wir haben ihn nie nachgeredet, wir sind dankbar, vom Hof jagen ist was ganz anderes, aber heute wird ja alles überdramatisiert, ich finde, wir haben uns, man geht im Guten auseinander, aber man weiß natürlich nicht was intern ist, aber vom Hof jagen heißt für mich teilweise auch nach außen hin keine schönen Worte finden und das alles nach außen kommt und das ist hier zum Glück nicht der Fall. Eure Meinung gesagt unten gerne in die Kommentare rein, ich sage Arrivederci, vielen, vielen Dank natürlich fürs Einschalten, bis dahin und tschau tschau und ich bin übrigens live, na 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 na, live is live am Samstag mit dem Derby und vielleicht noch da mit Leipzig und Leverkusen, wenn Mario Time hat, Mario ist Leverkusen-Fan, mein Best Buddy und dann schauen wir gemeinsam, das wird auch mega geil, dann ist er live mit mir eingeschaltet und ist auch ein absolutes Top-Spiel, muss man auch mal sagen, ne, schaut also gerne vorbei.